Seien Sie bereit, Kameras ready. Meine Damen und Herren, let the show beginn. Schauen Sie nach Süden, in die Lücke, fiest Bannmann, so das Rufzeichen von Hauptmann Andreas Menk. Die Lücke hat geschossen, wunderschöne Ablösung, wenn die Luft in Folge der Kompression über dem Flügel intensiert. Also hier müssen die Belastung stimmen, dass man diese Bilder sieht. Die Piloten stehen in Städten im Kontakt zum Schiessleiter. Optische oder elektromagnetische Störungen sind völlig autark. Dieser Waffenvorzeil will trainiert sein. Darum üben unsere Piloten das scharfe Schiessen auf Erd- und Luftziele auch heute noch. Untergrund der Gullerei ist eine Vellig... Die F1-Handlung ist in der Nähe der Beine-Electronic-Optical-Eated-Beugs. Wenn aber uns den beruflautenden Touro-Experte, wird es einfach nur lenken, um sich auf das Ziel, die nötigen Berechnungen zu machen. Es wird somit für den Piloten immer schwieriger. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Steigleistung zu einer F-18-Horne-Tanz. Der F-18-Horne für eine steile Steigrug bewegt. Er spricht auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017